servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute beschäftigen wir uns an weihnachten mit der top rating gilde limit und zwar geht es um die us gilde aktuell oder im vergangenen content auf platz 2 weltweit abgeschlossen die waren in den letzten zwei jahren mit complexity in einer partnerschaft complexity ist eine e-sports organisation und hat sich letzten endes auch dafür verantwortlich gezeigt dass limit die letzten race to world firsts in einem großen headquarter ich glaube das war sogar das von complexity veranstalten konnte ja im gamestop performance center in frisco texas also da hatten sie eine recht ordentliche hütte zusammen um den cast zu übernehmen hatten da so einen raum wo letzten endes die berater das heißt berater kommentatoren waren und die spieler und so weiter und so fort also das war recht ordentlich jetzt gehen die aber getrennte wege das ganze hat complexity limit beziehungsweise mittlerweile ja nur noch limit am 22 dezember verkündet und sie schreiben liebes complexity team über die letzten zwei jahre mit euch zusammenzuarbeiten war uns eine ehre und wir werden für immer dankbar sein für die möglichkeit die ihr uns gegeben habt die zukunft strahlt hell letzten endes und wir wünschen euch nur das beste von uns allen für euch danke und da haben wir noch ein kleines video mit dabei ich glaube sogar das ist dieses center ein kleiner rückblick von maximum dabei von den krasel natria haben sie ja glaube ich gewonnen also ein kleiner ganz netter rückblick auch noch mal ein blick hinter die kulissen muss auch sagen limit hat sich in den letzten ja ein zwei jahren deutlich bei mir an beliebtheit gesteigert also sonst war ich immer sehr eu anhänger aber was die teilweise auch die beine gestellt haben ist schon krass in den letzten jahren hier noch mal also das alles was ihr hier seht wo sie da die möglichkeit hatten zu spielen war halt dank complexity unter anderem möglich vorher war es ja auch mal so dass method im red bulls 4 in london gestreamt hatte da war limit dann tatsächlich auch mal zu werke ich weiß nicht ob das naya lotha war ich meine schon nachdem method da ein eigenes event draus machen wollte ohne red bull und ja jetzt stehen sie dann quasi auf den ersten blick erstmal ohne weiter option da aber dem scheint nicht so zu sein denn limit schreibt we have chosen to go a different direction for the future but no worries our raid team isn't going anywhere also sie haben sich dazu entschieden in der zukunft eine andere richtung einzuschlagen aber um das raid team muss man sich keine sorgen machen das bleibt weiter erhalten hoffentlich nicht richtung final fantasy oder so das wäre richtig bitter und complexity gaming hat darauf dann auch geantwortet hat sich auch da bedankt für die erinnerung und wünscht der limit gilde nur das beste da gibt es auch noch mal so ein kleines review video also scheinbar gehe ich stark davon aus war das ganze vorher klar abgesprochen also das wird nicht plötzlich passiert sein alles wenn man guckt complexity hat das um 7 uhr abends gepostet limit ebenso also gemeinsame aktion ich denke dann gehen die auch im guten auseinander und ich glaube ist immer schöner wenn man das ganze so beenden kann als wenn man im streit oder im bösen auseinander geht ich bin also gespannt was sich limit jetzt einfallen lässt ich denke nicht dass sie lange auf sich warten lassen werden denkt man das nächste race to world first wird vielleicht zwei drei monate noch auf sich warten lassen ob sie bis dahin eine neue lösung präsentieren ich gehe stark von aus und mal gucken vielleicht kommt am ende was warum was das race to world first sogar noch weiter pushen kann ich bin gespannt damit schreibt mir eure meinung sehr gerne in die kommentare lasst ein abo da wenn ihr neu auf dem kanal seid und in zukunft nichts in sachen world of warcraft news patches und so weiter verpassen wollt danke fürs zusehen habt eine gute zeit reingehauen